Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4, die 100 Baby Challenge. Es ist gerade Flohmarkt und Mia und Anne sind hin. Mia hofft einfach so ein bisschen auf den Kontakt mit Männern. Was denn auch sonst, ne? Sie darf erst mal alle möglichen Männern sich freundlich vorstellen. Senior, warum sind die denn alle schon Senioren? Anne hat das Objekt gekauft, das ist gut. Guck dir mal, die sind doch alle ganz süß. Erwachsen, junger Erwachsener, Erwachsen. Ach, der ist auch noch. Ne, ach so, Autogramm geben, kommt von ihr. Ach so, ja, ja, ja. Schmeicheln. Oh, so blonde Kinder, ne? Fragen wir ihn mal, wenn ein Wassermann ist. Hm. So, nach Tagfragen. Ähm, damit die Beziehung einfach ganz schnell weiter geht, gehen wir auf ein 2 Stunden Date im Restaurant. Er und ich? Wer bist du? Der bist du nicht. Manuel, doch, das ist er. Manuel, Manuel Wagner. Das ist mein Kind, mit dem kann ich auf kein Date gehen, oder? Manuel Wagner, da. Toll, gut, dass wir ihn gut aussehen finden. Das ist ein Gruselicht, gut, hat keiner gehört. Upsi, dupsi. Das ist aber nicht unser Kind. Kennenlernen. Und mit ihm darfst du über Fitness-Techniken reden und erkunden Date im Zoo mit Max. Gehen wir auf ein Date mit Max. Gut, drehen wir Daumen. Und Anne darf Essen bestellen. Caleb, what do you think is? Oh, die macht eine gute Musik. Genau, Mia ist jetzt auf einem Date. Und irgendwie gibt es keine Teenager in dieser Stadt. Ist das ein Teenager? Erwachsener. Warum sind alle erwachsen? Ich wünsche mir mal, ich würde den Unterschied mehr sehen. Oh, oh. Oh, zu scharf. Na, hol doch. Hallo. Du bist aber eine Hübsche. Hä? Nein, bin ich nicht. Doch bist du. Oh, die ist so süß. Guck mal, ihre Sommersprossen. Frau, 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 Junge, Erwachsener und junger Erwachsener. Es gibt keine Teenager. Es gibt keine Teenager. Natürlich, da gibt es einen Teenager auf dieser Welt. Und Enrico. Ach, der ist auch Teenager. Der ist auch Teenager-Tal. Was gibt es denn noch zu kaufen? Für die spätere, für spätere Haus. Komm, dann nehmen wir noch so eine Lampe mit für 70 Simoleons. Mia ist auch schon zurück vom Erkunden. Das lief sehr gut mit den beiden. Ähm, das ist gut. Ah. Wuhu, unsere Kinder feiern uns an. Also, meine Kinder feiern uns an. Wir beide haben zusammen hoffentlich noch keine Kinder. Ich glaube nicht. Ähm. Kann man hier irgendwo... Nein, kann man nicht. Dann gehe ich nach Hause und lade dich dann gleich mit ein. Okay. Dann laden wir ihn gleich mit ein. Ich will noch mal ein bisschen... Da ist ein Teenager an. Aber, naja. Ähm, da ist der Beweis. Es gibt Teenager. Hallo, wer bist denn du? Lorenzo. Den können wir uns mal vorstellen. Ein Ausflug in den Zoo. Vom Date. Leon. Ähm. Stell dich mal den ganzen verschiedenen Männern. Männern. Ähm, die haben wir auch schon. Das ist furchtbar. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. So, was bist denn du für einer? Wow. Ich fasse es nicht. Oh, 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 oh. Dass wir uns bei dem Cookhead vorstellen. Geh dir mal Cookhead vorstellen. Ja, hallo. Oh. Genau. Gut. Und dann würde ich sagen, es ist auch schon wieder Zeit, nach Hause zu gehen. Es ist schon Sonntag. Max wird eingeladen, auf unserem aktuellen Grundstück abzuhängen. Und er wird gleich da sein. Anne. Es regnet, aber das ist mir egal. Nicht schläppig arbeiten. Vorsichtig arbeiten. Benommen. Ach, von den Blubberblasen. Ja, wir haben, wie er auf Date-Tour war, haben wir Blubberblasen geblubbert. Hallo, Max. Rose anbieten. Leidenschaftlich küssen. Einen Sprinkler kaufen? Ja, brauchen wir. Hallo, hier ist eine Rose für dich. Dankeschön. Level 7 der Charisma-Fähigkeit. Wow. Na, dann geben wir mal ein Baby 21 und hoffentlich auch 22, glaube ich, ne? Ein Viertel haben wir bald geschafft. Juhu. Hallo. Abby hat die Fantasie-Fähigkeit. Ach, Abby. Ja. Aufräumen. Und ihr? Geht's? Nein, geht nicht, ne? Komisch. Baby, mach mit Max. Im Busch. Reste nehmen. Was machst du? Reste nehmen. Reste nehmen. Und du brauchst Kommunikation und Denken. Sim-Shape spielen. Und du möchtest mit dem Lama malen. Ja, los. Macht ein Baby. Und nicht mich wahnsinnig. Wow. Juhu. Ja, los. Rein da. Oh, die glättert da runter. Das ist bestimmt nicht so leicht. Ja. Die haben wir schon gemacht. Wir wollen was essen. Und Anne bastelt nach. Die möchte Montag unbedingt Manuel eine Eins kriegen. Ähm, was machst du da? Du brauchst jetzt auch nichts mehr tun. Och. Du sollst mal bitte Baby machen mit Max. Das ist doch nicht so schwer. Der Fußboden ist so hässlich, ne? Ach, die Wände sind nicht hübsch. Und die Schränke auch nicht. Und der Kühlschrank auch nicht. Ja, mittlerweile auf 74.000 Simoleons. Hüpft. Da. Ja, geht doch. Rein. Ähm. Verkaufen. Verkaufen. Was ist denn in so Inventar? Ja, wir brauchen keine 73 Sammelteller. Ähm. Danke, wer uns immer diese 73 Sammelteller geschenkt hat. Jeder lieben Dank, liebe Familie. Genau, das brauchten wir sehr selbstsicher. Na, mal gucken, ob die schwanger ist, die liebe Mia. Das wäre schön. Und hungrig ist sie. Ja. Und Essen für zwei. Juhu. Max, dann kannst du bitten zu gehen. Du hast deinen Zweck erfüllt. Vielen lieben Dank. Wir machen ein Gourmet-Büro. Ein Tofu-Hühnchen machen wir. Und... Du bist auch voll süß. Solltest du nicht was essen? Level 2 der Kreativitätsfähigkeit. Verwenden. 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 Spülen. Leckerli füttern, ne? Ja, ja. Ja, ja, du musst weg. Ja, ja. Ja, ja. Natürlich ganz von dir aus. Eigeninitiative und so. Oh, sie ist auch gleich geschafft. Warum wirst du nicht... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Maya, stopp. Wir müssen... Kinder... Ähm... Gemein. Erziehung. Aktuelles Verhalten. Maßregeln. Bestrafen. Ein Bestrafen wegen dem angerichteten Chaos. Okay, sie wüscht es auch schon wieder auf. Da müssen wir nicht ganz so hart sein. Ähm... Dann sind wir Erziehung... Nein. Ermutigen Chaos aufzuräumen. Ja. Und dann können wir die Tofu-Fühnchen für acht Leute kochen. Äh... Nee, ich möchte nicht mit dir in den Disco. Morgen ist Montag, mein lieber Bruder. Ich muss... Zur Schule. Und du vielleicht zur Arbeit. Ah, vor allem. Anna hat ihr Schulprojekt abgeschlossen. Eine mütteralterliche Burg. Und Mia ist schwanger. Die Lieben sind jetzt alle zur Schule. Und... Maya, du sollst jeden. Jitten und alles nochmal verkaufen, was geht. Ähm... Und ihr sollt bitte richtig fleißig lernen. Damit wir vielleicht auch Anne und Maya rausschmeißen können. Das wäre doch schön. So, Maya hat ein Schulprojekt dabei. Ähm... Ja. Maya ist eine Eins. Felix ist gerade noch befriedigend. Gerade noch befriedigend. Und Anna ist auch eine Eins. Das ist großartig, Maya. Dann können wir einmal kochen. Und die beiden werden groß. Das heißt, es gibt irgendwas... Irgendwas Tolles. Es gibt einen blauen Konfettikuchen. Für euch beide. Meine beiden Mädels werden erwachsen. Ach, das ist schon fertig. Wow. Oh, naja. Dazu sag ich nichts. Hausaufgaben machen. Hausaufgaben machen. Saisonale Samen kaufen. Samen kaufen. Ungewöhnlich pflanzen. Gemüse und Gater. Blumen und Früchte. Farmatraum. Kräuter für Einsteiger. Haben wir alles schon, ne? Und dann kaufen wir auch noch die Knoblau-Samen. Und haben alles. Welche Gärtnerei... Welche... Welche... Gartenarbeit sind wir auch schon. Level 7. Wir wollen einmal wissen... Der Knoblauch... Wo ist der Knoblauch? Knoblauch? Haben wir ihn schon geöffnet? Nein, noch nicht. Okay. Wir backen jetzt aber gerade einen blauen Konfetti-Kuchen. Felix macht Hausaufgaben. Du kannst dich ein bisschen um... Pupaloo kümmern. Satz, zufrieden, zufrieden. Spielen mit. Leckerle geben. Beobachten. Ähm... Ne, Percy. Wir möchten jetzt gerade nicht rüberkommen. Denn ich möchte gerne Geburtstagskuchen hinzufügen bei meinem Geburtstag. Und... Geburtstagskerzen hinzufügen. Purs! Geburtstagskerzen hinzu. Und jetzt darfst du älter werden. Pusten. Uh! Und du darfst danach auch ganz schnell Geburtstagskerzen hinzufügen. Und sie wird älter. Und sie ist materialistisch. Einzelgängerin und nicht kokett. Und Freundin der Welt. Und sie ist, ähm... Verantwortlich. Sofie, Verantwortung für Absicht weiter, wollte ich sagen. Felix hat seine Hausaufgaben fertig. Dann müssen wir nicht mal ein Zusatzobjekt... Äh, Zusatzobjekt... Zusatzprojekt machen. Nathalie ist fertig. Nathalie will keine Zusatzhausaufgaben machen. Aber auch wir beginnen einmal vorsichtig zu arbeiten. Und dann werden Geburtstagskerzen hinzugefügt. Und dann ist auch schon die nächste dran. Fantasie. Oh, du brauchst unbedingt Fantasie. Ich spiel mal mit Spielzeug. Und was brauchst du? Eigentlich alles, ne? Ähm... Formen. Eigentlich alles. Das geht immer so schnell am Anfang. Und pustest du gleich aus? Nein, sie ist hysterisch. Oh, 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 oh. Sich etwas wünschen. Nicht, dass sie noch, ähm... stirbt, weil sie so hysterisch ist. Zufriedene Naga... Naga-Spielzeit. Oh, komische Vorstellung. Dieser Komödien-Sender ist zum Piepsen. Okay. Schub. Und sie ist ein natürlicher Koch. Wetterimmun und spirituell. Und sie sieht immer noch ganz furchtbar aus. So, der Kuchen kommt da wieder rein. Wir kennen das nicht anders. Und dann müsst ihr beide gehen, ne? Würde ich sagen... Es ist Zeit für euch zu gehen. Haben wir den Knoblauch geöffnet. Ja. Knoblauch. Weiterentwickeln. Pflanzen. Pflanzen. Gut. Ähm... Dann gehe ich einmal ganz schnell. Ganz einfach. Eins und zwei. Kommen rüber. Tschüssi beiden. Jetzt sind wir nur noch zu fünft. Und da sind wir wieder bei mir. Und wir wollen einmal gucken, was hier in ihren Sachen drin ist. Ähm... Wir haben hier einmal die Kräuter für Einsteiger. Äh... Ungewöhnliche Pflanzen wollen wir öffnen. Früchte für Einsteiger. Nein, wir wollen hier und den Pharma-Traum ein Luxus-Paket... P-P-Paket... Wollen wir öffnen. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Haben wir alles geöffnet? Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ähm... So, ich glaube, wir haben alles geöffnet. Die Bücher kommen... Mal weg. Die Hausaufgaben auch. Uh, Avocado. Cool. Wir haben hier noch ganz viel Platz. Dann kommen... Avocado, Avocado, Avocado. Pilz, 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 Pilz. Salbei. Okay. Uh, Kartoffeln. Paprikakarotten. Das ist außergewöhnlich, Paprikakarotten. Ähm... Gibt es bei den exotischen Pflanzen noch mehr? Denn ich jetzt Samen kaufe und sage ungewöhnliche Pflanzen. Und dann sage ich es öffnen. Uh, Brombeeren. Ja, das ist cool. Das ist cool. Wir wollen... Pflanzen, Pflanzen. Nicht essen. Nein, 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 nein. Pflanzen. Pflanzen. Sehr cool, sehr cool. Oh, bei Bubalu machen sich erste Alterserscheinungen sichtbar. Falls es dich interessiert, deine lokale Tierklinik versucht ein Anti-Aging-Mittel, mit dem du den Altersprozess dauerhaft stoppen kannst. Naja, das wäre ja nicht richtig, ne? Die arbeitet an Denken und du... Du sollst nicht heulen. Du sollst arbeiten an deinen Fähigkeiten. Ihr sollt auch noch älter werden, bevor eure Geschwister kommen. Apropos... Wie lange bist du schwanger? Zweites Trimester. Die beiden sind in der Schule fleißig am Lernen. Ich könnte auf ein Einzunas laufen. Oh, wie sieht das aus nach dem Champion-Training? Ach, Dahlia. Hallo, meine Liebe, Dahlia. Wir verkaufen gerade alles. Das bringt ganz schön viel Geld, der Garten mittlerweile. Also das ist unglaublich, wie viel Geld das bringt. Sehr schön. So, Felix ist ein Zweier und Nadine ist ein Zweier. Hier brauchen wir noch Bewegung. Und du brauchst auch noch Bewegung, ne? Und Fantasie. Ähm, dann spiel doch mal mit Spielzeug. Da musst du hinlaufen. Und du brauchst Bewegung. Dann geh mal hier hin. Vielleicht geht das so besser. Nadine. Dein Inventar. Noch so ein blödes Diorama. Hausaufgaben machen. Hunger. Ah, okay. Oh, Leckerli für den Spielen mit. Okay, du gehst da hin. Und du gehst einfach nur ein bisschen. Hier sitzen. Nein, du gehst hier hingehen. Und wenn wir da sind, glitschen wir durch die Gegend und gehen hier hin. Und dann laufen wir das Haus. Hier gehen. Und kriegen voll wenig Bewegung dazu. Dann spielen wir hier. Stapel. So. Ja, ich war schon. Ach, das haben wir gar nicht aufgemacht. Jetzt haben wir es aufgemacht. Auf jeden Fall. Ach, wir hatten Post bekommen. So, was haben wir denn? Stechpalme. Herbst und Winter können wir trotzdem mal anpflanzen. Vier Stück. Glockenblume. Basilikum. Von einem ergebenden Fan. Fanpost öffnen. Bitte schick mir Geld. Ich bin zu pleite. Äh, nein. Wir werden dir kein Geld schicken. In seiner Tasche wieder so voll. Wir werden wieder die ganzen Geburtstagsbeschenke bekommen. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also furchtbar nett natürlich von meiner Familie. Macht uns reicher. Juhu. Wir sparen auch das große Geld, damit wir uns ein schönes, schönes, fertig eingerichtetes Haus direkt aus der Galerie wegschnappen können. Oh, und die richtig schön. Die sind halt auch richtig teuer, ne? Deswegen... Was wollte ich denn noch pflanzen, bevor es Winter wird? Die Christrose. Auch hübsch. Da bin ich sehr gespannt drauf, auf die Winterblumen. Gut, dass wir sie jetzt pflanzen. Ähm, denn im Winter kann man sie ja nicht pflanzen. Okay, was fehlt dir noch? Bewegung. Du hast gleich geschafft, die Bewegung. Und du? Dir fehlt noch Bewegung und Fantasie. Äh, mit Lama spielen. Da ich es voll drauf hab, die Aufnahmetaste zu drücken, sehen wir jetzt Freddy und Abby. Das war übrigens keine Absicht, dass ich das so reibe. Die beiden kriegen nur ein kleines bisschen Änderung im Outfit. Ähm. Ein Kind braucht auch einfach keine. Ach, das ist so süß. Äh, Sportkleidung. Sport. Keiner hat gesagt, dass wir Sport machen müssen. Das war so nicht vorgesehen. Sportkleidung. Äh, Nachtwäsche. Ich finde, da muss er einfach in dem hier schlafen. Und Ausgekleidung ist nochmal so. Ach, super süß. Badekleidung ist supi. Heiße Swetti ist nicht schön. Ähm. Dann nehmen wir die Katze. Und die Badehose. Flipflops ist nicht gut. Da drin haben Kinder keinen Halt. Und genau fürs kalte Wetter. Und hier haben wir Abby, seine Schwester. Oh, sie ist so süß. Vollgefertigte Looks. Jeans. Träume. Tröpfchen traditioneller Geschmack. Marienkenkäfer. Marienkäfer. Entdecke auf Samtfoten. Windschnittig. Seiden blüten. Immer farbenfroh. Spassenspiel. Spassenspiel. Nein, wir machen eins, zwei, drei. Ja, ist okay. Und dazu das. Eins, zwei, drei. Na, der Rock ist halt ein bisschen schwer, ne? Da müssen wir irgendwas passendes zu finden. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Machen wir nochmal. Eins, zwei, drei. Hi. Na, super. Danke. Für nichts. Nehmen wir die Hose. In blau. Nehmen wir Schuhe. Ziehen wir diese wunderschönen Socken aus. So. Oh ja. Oh ja. Unbedingt. Das ist süß. Das nehmen wir. Äh, Sport. Nehmen wir das. Nachtwäsche. Da bleibt sie dabei. Ausgekleidung. Ach, das finde ich irgendwie süß. Das finde ich irgendwie süß. Badebekleidung. Das finde ich auch süß. Heißes Wetter. Das finde ich süß. Und Kälte. Das ist wunderschön. Eine Hose. Und einfach ein Pullover an. Ja, ist doch süß. So. Wollen wir uns gleich nochmal die anderen angucken. Der darf so bleiben. Nicht, dass wir das jemals bräuchten. Aber... Hm. Es ist doch schön, wenn man was hat. Sporthose. T-Shirt. T-Shirt. Schniko. Das ist das hübscheste Schlafoutfit, was ich je gesehen habe. Gibt es das auch irgendwie... In so süß? Ein Sternenhaus. Ausgekleidung. Ach Gott, ist das süß. Ähm... Kinderstar. Aber der ist ja gar kein Kinderstar. Doppeldeckerpilot. Nehmen wir das. Super süß. Taucher. Strandracker. Strandracker in Rot. Strandleben. Aufgehender Stern. Ab in die Sonne. Ab in die Sonne in... Fuchs. Und gegen das kalte Wetter... Rauchen wir. Ja. Hübsch. Und seine Schwester. Die bleibt auch so. Das habe ich mich schon angewöhnt. Falls wir sie mal in diesem Outfit sehen sollten. Das finde ich vom Stuhl fallen. Das ist doch süß. Sportkleidung. Die Ananas. Ähm... Ich weiß nicht. Ich würde gerne Hannah Montana. Kann man einfach sagen. Das ist... Hannah Montana. Hannah Montana ist bestimmt immer noch cool. Ja. Ich kenne immer noch Hannah Montana. Oh, wie süß. Hannah Montana. Ähm... Heißes Wetter. Und kaltes Wetter. Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle verlassen wir auch unsere... Groß, groß, Großfamilie. Und ich sage danke für... Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Let's play die Sims via die 100 Baby Challenge. Tschüss.